Forumsbeitrag richtig schreiben. Einleiten. Eigene Meinung äußern. Abschließen. Beispiel. Ihr Unternehmen bietet geeignete Bürostühle an, verlangt aber die Hälfte des Geldes von den Mitarbeitern. Bitte geben Sie Ihre Meinung dazu ab. Einleiten. Guten Morgen zusammen. Mir macht es Spaß, im Forum zu surfen und so über unsere Unternehmenserfolge und Pläne informiert zu bleiben. Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass wir die Hälfte des Geldes für Bürostühle bezahlen müssen. Dazu möchte ich meine Ansicht äußern. Eigene Meinung äußern. Bei der ersten Überprüfung war ich von der Nachricht nicht beeindruckt. Nach weiteren Überlegungen glaube ich jedoch, dass wir mit der Managemententscheidung unseres Unternehmens fortfahren können. Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass wir die Hälfte des Geldes für Bürostühle bezahlen müssen. Dazu möchte ich meine Ansicht äußern. Bei der ersten Überprüfung war ich von der Nachricht nicht beeindruckt. Nach weiteren Überlegungen glaube ich jedoch, dass wir mit der Managemententscheidung unseres Unternehmens fortfahren können. Ich bin der Ansicht, dass dies im Moment eine Ausnahmesituation ist, da unser Unternehmen normalerweise seinen Mitarbeitern keine derartigen Kosten auferlegt. Meiner Erfahrung nach finde ich es jedoch sehr positiv, dass wir diesen Zahlungsvorschlag unter den gegebenen Umständen akzeptieren können, angesichts der erheblichen Investitionen unserer Organisation in grüne Technologien. Abschließen. Was waren Ihre ersten Eindrücke beim Lesen der Nachricht? Bitte teilen Sie diese hier im Forum mit. Viele Grüße. Lösung 2. Einleiten. Ich lese unser Forum gerne. Ich erhalte wertvolle Einblicke in den Erfolg unseres Unternehmens und kommende Aktivitäten. Wir haben eine Nachricht in unserem Forum erhalten. Es geht im Wesentlichen um zwei Dinge. Einerseits die Bürostühle und andererseits die Kosten. Eigene Meinung äußern. Ich habe eine andere Meinung dazu. Es ist wichtig, das Wohlbefinden und den Komfort der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu priorisieren, aber es ist nicht fair, die Hälfte des Geldes zu verlangen. Für mich ist es wirklich ärgerlich. Wie kann das Management des Unternehmens eine solche Entscheidung treffen, ohne sie zuerst ausführlich mit den Mitarbeitern zu besprechen? Ich halte es nicht für positiv, diese Entscheidung zu akzeptieren. Dazu möchte ich ein Beispiel nennen. Im letzten Quartal forderte das Unternehmen von uns Überstunden ohne zusätzliche Bezahlung und jetzt das. Abschließen. Mein Fazit dazu. Ich denke nicht, dass der Vorschlag übersichtlich ist und wir können uns nicht darauf einigen. Abschließend möchte ich sagen, dass wir ein Treffen mit unserem Vorgesetzten vereinbaren und unsere diesbezüglichen Bedenken äußern können. Bitte äußern Sie Ihre Einwände. Am Ende dieser Woche wird es eine Frage- und Antwortrunde geben, in der Fragen gestellt und beantwortet werden können. Weiteres können wir dann mit unserem Management besprechen. Viele Grüße. Einleiten. Ich genieße es, meine Meinung zu den geplanten Aktivitäten in unserem Unternehmen zu äußern. Ich lese gerade unser Forum und merke, dass es zu diesem Beitrag unterschiedliche Meinungen gibt. Ich möchte auch gerne meine Meinung äußern. Die Hauptinformation hier ist, dass das Unternehmen geeignete Bürostühle anbietet, aber die Hälfte des Geldes von den Mitarbeitern verlangt. Eigene Meinung äußern. Unser Unternehmen ist ein Familienunternehmen, in dem Kollegen und das Management gut miteinander auskommen. Diese Harmonie ist auch für die Firma von Vorteil. Wir sollten die Budgetüberlegungen des Unternehmens verstehen. Gleichzeitig sollte das Unternehmen jedoch auch keine zu hohen Kosten auf die Mitarbeiter abwälzen. Für diese Problem möchte ich eine Lösung vorschalten. Möglicherweise könnten wir Optionen prüfen, wie beispielsweise die Kosten über mehrere Gehaltsabrechnungen zu strecken oder nach kostengünstigeren Alternativen zu suchen, die dennoch Qualität und Komfort gewährleisten. Abschließen. Ich verstehe, dass viele von uns gegen diesen Vorschlag sind. Es ist wichtig, unsere Meinungen effektiv zusammenzufassen. In Bezug auf die Nachricht schlage ich vor, dass wir diese akzeptieren könnten. Ich bin gespannt auf Ihre Kommentare. Viele Grüße.